Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserer heutigen Live-Übertragung aus dem Parlament. Die Sitzung ist bereits eröffnet und sie beginnt mit einer Fragestunde an EU-Kunst-, Kultur- und Medienminister Gernot Blümel. ... nicht überstiegen werden. Wer darf hinweisen, dass ich vor Ende der Redezeit kurz darauf aufmerksam mache. Wir dürfen nun zur ersten Anfrage kommen.